In diesem Video geht es um den Schriftsteller Fyodor Dostoevsky. Ich erkläre dir, wer Fyodor Dostoevsky war und warum er so berühmt ist. Fyodor Dostoevsky war ein berühmter russischer Schriftsteller, der am 11. November 1821 in Moskau geboren wurde. Er starb am 9. Februar 1831 in St. Petersburg. Dostoevsky ist bekannt für seine tiefgründigen Romane, die sich mit psychologischen und philosophischen Fragen befassen. Seine Werke zeigen oft das Leben und die Probleme der Menschen im Russland des 19. Jahrhunderts. Dostoevskys Schreibstil ist bekannt für seine Tiefe und Komplexität. Seine Geschichten sind oft sehr detailliert und zeigen die Gedanken und Gefühle der Charaktere. Dostoevsky beschäftigt sich in seinen Werken mit Themen wie Moral, Schuld, Freiheit und Glauben. Er hat einen einzigartigen Blick auf die menschliche Natur und zeigt auf die dunklen Seiten der Menschen. Eines der bekanntesten Werke von Fyodor Dostoevsky ist Schuld und Sühne. In diesem Roman geht es um einen jungen Mann namens Raskolnikov, der ein Verbrechen begeht und dann mit den Folgen seiner Tat leben muss. Der Roman zeigt, wie Raskolnikov mit Schuldgefühlen kämpft und versucht, seinen inneren Frieden wiederzufinden. Ein weiteres berühmtes Werk von Dostoevsky ist Die Brüder Karamassov. Dieser Roman erzählt die Geschichte von drei Brüdern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und ihrem Vater. Das Buch beschäftigt sich mit vielen philosophischen und moralischen Fragen und zeigt die verschiedenen Lebenswege der Brüder. Fyodor Dostoevsky hatte ein bewegtes Leben. Er verbrachte einige Jahre in Sibirien, wo er wegen seiner politischen Aktivitäten inhaftiert und zur Zwangsarbeit verurteilt wurde. Nach seiner Entlassung aus der Haft kehrte er nach St. Petersburg zurück und widmete sich ganz dem Schreiben. Er litt unter gesundheitlichen Problemen, insbesondere unter Epilepsie und hatte auch finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl Dostoevsky bereits zu Lebzeiten als bedeutender Schriftsteller anerkannt war, wuchs sein Ruhm nach seinem Tod weiter. Seine Romane werden heute in vielen Ländern gelesen und gelten als Klassiker der Weltliteratur. Sie haben Generationen von Lesern und Autoren beeinflusst und sind ein wichtiger Teil der russischen Kulturgeschichte. Sie sehen, wie 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 Sie sehen. Untertitelung des ZDF, 2020